Hallo Yannick, bitte stell dich einmal vor. Hi, ich bin Yannick Schümann und ich sitze hier gerade in einem Studio in der Lauschalange in Berlin und nehme eine Hörbuch-Folge auf. Die Folge der Phantomsee von hinter Fragezeichen. Welche Beziehung hast du zu den drei Fragezeichen? Keine. Welche Verbindung habe ich? Ich bin wie sehr sehr viele andere Kinder auch mit den Kassetten aufgewachsen und habe sie zum Einschlafen gehört und dazu kam noch, dass ich die beiden Filme ins Deutsche, die deutsche Stimme gegeben habe für Justus Jonas in den beiden Kinofilmen und daraufhin bekam ich die Anfrage, ob ich für die drei Fragezeichen Kids auch dem Justus meine Stimme geben möchte. Und jetzt spreche ich seit fast 15 Jahren die Kids. Was bedeutet für dich die Welt der da? Das ist also die Welt, die da kreiert ist. Rocky Beach, der Strand, der Schrottplatz, die Fälle. Das ist einfach so ein Kindheitstraum, einmal Detektiv sein zu können und man fühlt sich ja auch immer an der Seite von Justus, Bob und Peter und darf quasi eindringen in deren ganzen Fälle und Mitraten und es ist immer so eine Mischung aus. Wir arbeiten, weil wir Detektive sind, aber wir haben auch echt geilen Spaß in Kalifornien und können Urlaub machen. Das ist irgendwie eine tolle, tolle Welt, die da kreiert wurde. Hörst du die Hörspiele noch? Ja, klar. Ich höre Folgen und vor allem, also ja, ich höre oft Folgen auf Bahnreisen und Busreisen, so höre ich eigentlich zum größten Teil Hörspiele. Und ich spiele ein Spiel mit meinen Freunden. Wir geben uns immer so zur Weihnachtszeit 24, wenn ich du wäre, Aufgaben. Und die denken uns jedes Jahr neu aus, wie ein Adventskalenderjahr. Und so ein paar Aufgaben sind so Klassiker, die wir jedes Jahr wieder bringen. Und einer von uns bekommt immer die Aufgabe, höre zwei Stunden drei Fragezeichen auf Shuffle. Und das ist richtig Horror. Das bringt wirklich gar keinen Spaß. Weil die Kapitel auf Spotify sind jetzt ja alle so kurz, sind alle so nach zwei Minuten und dann shuffelt der zwei Stunden lang durch alle 200 Folgen. Muss man mal machen. Auf jeden Fall. Muss sein. Kannst du dich an deine erste Drei-Frage-Zeichen-Folge erinnern? Ur. Nee. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern. Herangeführt hat mich ja eigentlich auch mein großer Bruder. Mein anderer Bruder hat nie Hörspiele gehört. Und Julian hört auch immer noch die Drei-Frage-Zeichen. Ich kann mich aber nicht mal an die erste erinnern. Leider nicht. Traurig. Ich wünsche, es wäre der Phantomsee. Hast du einen Lieblingscharakter aus der Welt, der da Fragezeichen? Naja, also wenn ich jetzt Justus sagen würde, wäre es ein bisschen kitschig. Aber dadurch, dass ich natürlich auch in der Welt der Kids Justus bin, ist mir Justus ans Herz gewachsen. Und ich bin irgendwie mit ihm verschmolzen. Ich mag aber in allen, wenn ich Filme gucke und sowas, mag ich die Bösen meistens am liebsten. Und ich liebe Eugénie. Warum hast du dich für den Phantomsee entschieden? Ich habe mich für den Phantomsee entschieden, weil das die Lieblingsfolge meines Bruders ist. Ich habe ihm, als ich die Anfrage bekommen habe, dass ich eines der Hörbücher sprechen darf und ich mich extrem gefreut habe darauf, habe ich meinem Bruder die Liste der Folgen geschickt, aus denen ich mir eine Folge aussuchen konnte. Und er hat gesagt, er möchte, dass ich Phantomsee spreche. Ich widme sie meinem Bruder. Süß. Das ist süß. Ja. Wie hast du dich auf die Aufnahme vorbereitet? Ich habe, ja, ich habe die Folge sehr, sehr oft gehört, um auch die richtige Aussprache hinzubekommen. Und dann komme ich hier an und es werden mir alle Wörter weggenommen. Und ich muss alles anders aussprechen. Genau, aber so habe ich mich vorbereitet. Welcher Charakter hat dir bei der Lesung besonders Spaß gemacht? Ich, ich liebe, ich mag total gerne Rory. Rory finde ich super, weil Rory einfach dieser knurrige Mann ist, den man überhaupt nicht einschätzen kann, nicht weiß, was er eigentlich zu tun hat. Ihn, ihn verdächtigt kurze Zeit, aber dann auch irgendwie wieder nicht, weil ich finde, man merkt die ganze Zeit, dass es eigentlich ein lieber Typ ist. Den finde ich irgendwie ganz charmant. Und ja, den mag ich. Rory McNabb möchte Mrs. Gunn heiraten. Genau, und deswegen hat er die ganzen Dinge zerstört, weil am Ende Mrs. Gunn den Schatz bekommt und reich wird. Und er hat Angst, dass eine nun reiche Frau sich nicht mehr vor einen armen Mann wie ihn interessiert. Und deswegen wird er noch mehr zu meinem Lieblingscharakter, weil das irgendwie süß ist. Das rundet das so schön ab. Rory möchte Mrs. Gunn heiraten und Professor Shai ist tatsächlich, hat ein super Motiv, den Schatz zu finden, weil er wirklich Nachfahre des Kapitäns ist, der Argyll Queen. Gibt es Aussprachenpatzer im Hörspiel? Genau, ich komme hier wie gesagt hin und habe noch die ganzen Betonungen von der Folge im Ohr, unter anderem die Argyll Queen. Das Erste, was mir gesagt wurde, dass es Argyll Queen heißt. Und ich habe einfach nur Angst, dass ich jetzt gehatet werde von den ganzen Fans. Bitte nicht, ich musste das so machen. Argyll Queen, aus dem Irischen sagst du, ne? Iris-Gälischen. Okay, genau. Also die drei hauptunterschiedlichen Aussprache-Wörter sind Angus Gunn und nicht Anges, wie im Hörspiel. Aus Clunny wird Clunny, der kleine Junge. Und, naja, die Argyll Queen ist richtig ausgesprochen, Argyll Queen. Verzeiht es mir. Wie findest du Axel Lutter als Orbit Hitfield? Konntest du mit ihm etwas anfangen? Ja, ich konnte total viel mit ihm anfangen. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass wenn man diese geile Stimme hört und irgendwie Gänsehaut am ganzen Körper hat, diese Märchenzählerstimme, dass dann ich kleiner Wurm komme und man eigentlich mir die ganze Zeit zuhören muss und nicht ihm. Ich hoffe. Er kommt zwischendurch immer wieder. Dann hat man was von ihm. Hast du ein Lieblingszitat aus dem Fall? Also ich musste reinbringen, wenn, darf ich Ihnen unsere Karte überreichen, wenn Mrs. Gunn die Karte vorliest. Und das finde ich ja mal am geilsten. Justus Jonas, das bin ich. Peter Shaw, Bob Andrews. Und das stand nicht drin, aber ich musste es einmal kurz reinbringen. Bei Bob habe ich gesagt, das bin ich. Geil, gut. Und ich hatte erst noch überlegt, nimm das raus und dachte, nee, lass das mit drin. Da muss drin bleiben. Ja, das muss ich ihm noch sagen. Da muss drin bleiben, weil das ist einfach irgendwie das Geilste. Und außerdem sagt es in der Hörspielfolge auch nur Bob in dem Moment. Das bin ich. Das bin ich. Stimmt. Das bin ich. Ja, krass. Wenn mein Hörbuch, der von Tomsi, rauskommt, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ich werde dem gerecht, was es ist und ich habe da mein Herz reingepackt. Viel Spaß. Danke dir, Henrik.